Hallo zusammen, hier ist wieder Heutelah und tschüss wieder für euch in DirectFlightNRX und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus Mist of Pandaria und zwar wollen wir ein paar Szenario-Kisten aufmachen. Dazu will ich insgesamt 30 große Schatzkisten öffnen und in diesen können noch insgesamt 5 Items drin sein. Es sind 4 Umhänge und ein Agi-Schwert. Dementsprechend bin ich auf meinen Monk, da der im Heal-Spec quasi die Umhänge kriegen könnte und im Tank bzw. die D-Spec ist die Möglichkeit gegeben, die Waffe zu kriegen. Der Pool ist riesengroß an Items, also mal gucken, was wir so rausziehen. Ich würde sagen, wir legen mal los mit den ersten zwei Kisten. Numero Uno hat einen Umhang, aber das ist einer, den ich nicht brauche. Und das zweite, da ist leider auch nichts drin. Dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Monk und... Oh, das wollen wir nicht benutzen. Haben wir dann einmal Handgelenke, oder? Ja. Und hier haben wir nix. So, da war dann der nächste Charm. Eine Brust. Und einmal einen Kopf. Dann haben wir den nächsten Monk. Schauen wir mal, ob da was Schickes drin ist. Und wir haben einmal nix. Und beim zweiten haben wir einen Gürtel. Dann schauen wir mal auf den nächsten Monk. Ah, okay, da haben wir schon mal einen Streitkolben. Ich brauche aber ein Schwert. Und da haben wir auch nix. So, jetzt schauen wir hier mal noch. Okay, und... Einmal was Grünes. Ah, schon wieder eine Nullnummer. Beschissen ist das doch. Dann haben wir den nächsten Charm. Jetzt hoffen wir mal, dass hier was drin ist. Und was haben wir Schickes? Einmal nix. Und zweimal auch nix. Naja. Ich hoffe, bei dem Monk haben wir jetzt ein bisschen mehr Glück. Jetzt holen wir mal noch die Kiste ab. Ah, grüne Hände. Naja, gut. Und da ist gar nix drin. Dann haben wir hier als nächstes nochmal einen Monk. Und hier was Grünes. Oh, das ist der falsche Umhang. Den habe ich leider schon. Oh Mann. Gib mir doch mal die richtigen Items. Dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Monk. Und jetzt schauen wir mal. Einen Gürtel. Haben wir da noch Schönes drin? Streitkolben. Ich brauche doch ein Schwert hier. Kein Streitkolben. Naja. Ich hoffe jetzt, dass wir mit dem Charm ein bisschen mehr Glück haben. Hm, schaut schlecht aus. Und? Oh, sieht komplett schlecht aus. Nicht mal irgendein blaues Item. Vielleicht bringt mir der Vulpera-Monk ein bisschen mehr Glück. Oh, was haben wir hier? Eine Hose. Und? Schuhe. Naja. Schade, aber auch. So, dann haben wir den nächsten Monk. Jetzt schauen wir mal rein. Aha, da war schon mal nix drin. Und da haben wir den epischen Ring. Dann haben wir hier noch einen Ork-Monk. Ebenfalls nix. Okay, das war jetzt mal eine komplette Pleite. Dann haben wir jetzt noch einen Troll-Monk. Und der hat einen Streitkolben. Ich glaube, die Streitkolben habe ich jetzt verdammt aufgekriegt. Warum kriege ich denn dieses blöde Schwert nicht? Das gibt es doch gar nicht. Ach ja, dann probieren wir es. Und? Ne. Da haben wir auch wiederum nix drin. Schade, aber auch. Schade, schade, schade. Ja, damit sind wir tatsächlich auch schon durch. War mal wieder eine komplette Nullnummer. Aber vielleicht haben wir das nächste Mal ja ein bisschen mehr Glück. Habt mich viel froh, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis dahin. Ciao. 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 Vielen Dank.